So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia. In den ersten drei Folgen habt ihr sicherlich keinen Ton gehört. Das lag daran, dass ich den Ton auf Headset hatte. Und somit habt ihr nur meine Stimme gehört. Deswegen gibt's ab der vierten Folge Ton. Jetzt könnt ihr wieder alles hören. Von der Musik und... ...dass wir den Wegstuhl-Federiken verschauen. Ja, dann schau mich auf den... ...die grauen Feld um. Jetzt geht's durch. Jetzt geht's ja eigentlich. Ich weiß nicht was das ist, ey. Das nervt richtig. Hier ist es ja auch nicht. Wir sind nur im Kanz drinnen. Was ist ein Phoenix. D. 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 Dann muss ich jetzt schon sein. Bis zum nächsten Part. Ich mal das mal den Tower, hier. die Prozent aber da hat die Beppe an Prozent soll die ich bin ausgewiesen mit Prozent Oah! Oah! Ich bin ne... Jetzt bin ich wieder rein. Können wir noch? 3 und die die gerannt 3 komischen das Was kann das? Nix. Zeig ich euch einen Kritischen hin. Ja, bricht auch ab. Schau mal drauf. Schade. Ah, der Boden löst sich offen. Schade. Ach du. Ja, gibt ja noch was hier. Wenn wir hier in den Raum müssen, können wir den Typen. Kann man dann verschleißen. Da hin. Da hin. Da hin. Ja, kritisch. Ja, Roman. Jawoll. Schön. Das war gut gekontert. Ja. 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 Das ist die Unterkasse. Das ist auch nicht, aber das klingt nie rein. Wow! Okay, das ist aber Gegner. Ich kann ja noch nix. Die sind 183. Wow! Was ich? Oh, was er? Jawoll! Hey, gleich schnell ab! So, da drüben ist Geld. Waaah! Ich hab's gesehen, wo ist eine Spinne? Ich muss in die Kämpfe schnell gehen. Ich muss in die Kämpfe schnell gehen. So, noch nicht. Ja. Oh Mann, der Typ. Frisch war ab. Oh, das ist noch nicht. Ok, den Rest zu. Eine Bucht. Nee. Holy Ashes. 4 Punkte bis zum nächsten Level. Geste kaputt. Was hast du denn noch? Eine andere Handgranate. So viel Schü. Da stehen 300, ne? Was macht das Wort? Ehnachtschaden. Oh, oh, schnell weg. Gut, der ist nämlich hohes Lash gemacht. Geste kaputt. Yo, Level. Ich bin so einfach, was ich? Ja, wenn ich es nicht so einfach... Du bist nicht so einfach... Ich bin so einfach... Ich bin so schön. Ich bin so schön. Ich bin so schön. So, müssen wir gleich da sein. Ja, wir sind noch da, aber hier gibt's noch was. Da. Die Wundsalbe und... Na gut. Ja, das schaffen wir noch. Buskamp. Buskamp. Wir sind hier im Leben. Ne, wir brauchen den nächsten Part rein. Bis dann wieder die Szene und... Gut. Also dann sehen wir uns dann hier beim nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.